So, ich bin gerade dabei ein bisschen meinen Rechner aufzuräumen und habe mir mal meine alten Stats angeguckt von Call of Duty Black Ops. Und ich muss sagen, ich war damals gar nicht... naja, gut war ich nicht, aber ich hatte ein paar ganz brauchbare Runden. Aber heutzutage die Spiele, die sind einfach nur noch viel zu schnell. Ich bin einfach nur noch voll scheiße in den meisten Games. Oh man, ich werde langsam alt. Was soll denn das? Was soll denn das? Was soll denn das? Was soll denn das? Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020